Hallo liebe Freunde und alle, die uns auf unseren Reisen begleiten. Wir haben jetzt Aurus verlassen und sind nach Athen gefahren und zu 50.00 Uhr die Okropole. Gerne nehmen wir euch mit in eine 3000 Jahre alte Kursur zurück, damit ihr euch selbst einen Eindruck über die Geschichte der Antike machen könnt. Geht fast weiter. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020